Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Ja, ihr habt es gehört, ihr habt es gehört. Gilbert Burns ist zu 100% davon überzeugt, dass Jorge Masvidal bei der UFC 287 bei deren Kampf gecheatet hat und was er dort gemacht hat und was er dort gemacht haben soll, laut Gilbert Burns, darüber sprechen wir in diesem Video, Freunde. Es war ein interessanter Kampf, Masvidal sah aber wirklich einfach alt aus und so, als ob er nicht wirklich für diesen Fight trainiert hat und es ist auf jeden Fall ein gutes Ende. Ja, also das ganze Adesanya-Pereira-Drama hat natürlich einfach überwogen, dass Jorge Masvidal, der Journeyman, aber auch die UFC-Legende, der wirklich zu einem Star geworden ist, ja, seine Karriere beendet hat nach dieser Performance gegen Gilbert Burns, nachdem Burns ihn halt komplett dominiert hat drei Runden lang, war aber auch einfach vorneweg abzusehen. Gilbert Burns sagte jetzt im Interview, dass Masvidal auf jeden Fall bei diesem Kampf betrogen hat, sonst hätte Gilbert Burns ihn tatsächlich sogar vorzeitig gefinisht. Was er damit meint, darüber sprechen wir jetzt in diesem Video, lasst ein Like und ein Abo da und schaut bei ESN vorbei, Code, um mich zu supporten, natürlich no time. Durinho dominierte Masvidal über den ganzen Kampf, nach dem Kampf behauptete er, dass Jorge Masvidal in einer subtilen Methode eingefettet war, dass er sich mit einer Lotion eingecremt hatte und dass er uns jetzt erklärt, wie Masvidal das gemacht haben soll, was ihm das bringt und wie der ganze Prozess dieses Cheatings läuft, weil Burns sagt, ey, ich kenne diese alten Tricks, die diese Typen machen, ich kenne diese alten Miami-Style-Tricks. Weißt du, was sie tun? Sie wachen am Samstag auf, duschen sich zum ersten Mal und schmieren sich dann mit einer Menge Lotion ein. Die Haut saugt die Lotion auf, das ist eine ganz bestimmte Lotion, sagt er hier und nach drei Stunden machen sie es nochmal und der Prozess wird die ganze Zeit immer wieder aufs Neue, die ganze Zeit wiederholt, ja. Immer wenn man anfängt stark zu schwitzen, also dann, wenn es dann halt im Kampf der Fall ist oder im Kampf der Fall war, wie für Masvidal, dann fängt man extrem an zu schwitzen. Dann wird es richtig rutschig, dann wird es slippery und das hat er mit Sicherheit gemacht, zu 100% hat er das gemacht. Und ich sage euch nicht, ja, vielleicht war er eingefettet oder sonst irgendwas, er hat es zu 100% getan. So ein Feeling hatte ich mit Keim, mit dem ich Sparring gemacht habe, er war auf jeden Fall schuld und hat sich hier aus der Situation gerettet. Hätte er das nicht getan, hätte ich ihn in diesem Fight auf jeden Fall submitted. Das war aber der Grund, warum er immer wieder aus den Submissions rauskam und aus diesem Kampf einfach immer wieder aufstehen konnte nach den Takedowns und, Freunde, das Gleiche erinnert mich eigentlich an Covington gegen Masvidal. Dort hat Masvidal das Ganze auch immer geschafft. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Masvidal ist ein Street-Guy, dass der sich mit solchen Tricks bedient, ist auf jeden Fall denkbar. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May. Bis zum nächsten Mal. Nummer 5